Honda stellt der CRF 1000L Africa Twin 2018 eine weitere Version zur Seite, die neue CRF 1000L Africa Twin Adventure Sports mit größerem Tank für über 500 km Reichweite, höherer Sitzposition, mehr Bodenfreiheit, Heizgriffen, modifizierter Verkleidung und längeren Federwegen. Dazu werden ein elektronischer Gasgriff, drei Fahrmodi-Programme, eine erweiterte Traktionskontrolle sowie Änderungen auf der Einlassseite sowie am Auspuff der Maschine auf. Zur Feier des 30-jährigen Jubiläums der ursprünglichen XR V650 Africa Twin enthält das Modell eine spezielle Farbgebung im Stile der alten Version. Untertitelung des ZDF, 2020